Jetzt habe ich noch eine unerfreuliche Sache zu sagen und zu erledigen. Ich werde Herrn Hilse einen Ordnungsruf erteilen, und zwar für das Zeigen von politischen Symbolen bzw. politischen Aufkleber insbesondere diffamierenden Charakters. Ich gehe davon aus, dass, wenn jemand hier am Pult steht und eine Mappe mit einem Aufkleber mitbringt, die er dann auch noch zwischendurch mal hochhält, genau weiß, was da draufsteht. Ich sage ausdrücklich, die politische Auseinandersetzung findet hier im Saal verbal statt und nicht mit Aufklebern und schon gar nicht mit diffamierenden Aufklebern. Herr Hilse, sollten Sie den gleichen Aufkleber, was ich von hier aus nicht sehen kann, auch auf Ihrem Laptop haben, den Sie hier im Plenarsaal zeigen, dann weise ich Sie darauf hin, dass auch das nicht vorgesehen ist, und bitte Sie sehr, das zu beenden.